Jeder, der was auf sich hält in der elektronischen Musikszene, ist nicht ganz oben, wenn er nicht eine Veranstaltung in Ibiza hat. Es gab wirklich eine besondere Liebe in Ibiza. Es war eine Válvula von Franquismus. Es war alles frei. Es gab keine Prohibitionen, keine Kontrollen. Es war ein Moment magisch. Wir sind jetzt in die Gay-Zone. Wir gaben alles, was wir können. Wir gaben mehr als wir gaben zu einer Party. Es war eine Energie für die Leute, die wir wollen fliegen. Der Bezug auf eine island, wo es in der Artisten und Black Ovejas auf den verschiedenen Bereichen gibt, hat sich in Ibiza ein sehr spezielles Ort geführt.